Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder einmal und zugegebenermaßen nach längerer Zeit zu einer Sendung von RegoTV, die einiges für Sie beinhaltet, die viele Nachrichten und viele Geschehnisse der vergangenen Zeit für Sie bündelt und zusammenfasst. Ich hoffe sehr, dass vor allem in den Nachrichten das eine oder andere für Sie dabei sein wird, was Sie interessieren sollte. Es war eine ganze Menge los im Sendegebiet, was sich, wie gesagt, in der Beitragsvielfalt widerspiegeln wird. Lassen Sie sich überraschen. Beginnen möchten wir, wie in jeder Sendung, mit der Kurzübersicht. Kirschauer Aquakulturen um Fischladen erweitert. Sechstes Oberlausitzer Genussfestival startet. Elfter Mittelstandstag der Oberlausitz. Bieranstich und Eröffnung des Bautzner Frühling. Dazu wie immer unsere Beiträge in der Rubrik Kurz und Knapp und das aktuelle Regio-Vorsommerwetter. Eröffnung des Bautzner Frühling. Eröffnung des Bautzner Frühling.